Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dragon's Dogma mit mir der Steffi. Wir haben eine neue Aufnahmesession und ich weise wieder darauf hin, dass es jederzeit sein kann, dass sich das Spiel minimiert und es deshalb zu einer Unterbrechung, Pause, aber es ist, kommt, aber es ist für euch wäre es dann nur wie ein Wimpernschlag. Für mich wäre es dann etwas anders. So, wir sind anscheinend immer noch, genau, wir sind, ähm, na, wie heißt es jetzt, äh, Insel Finstergram befinden wir uns und wir haben jetzt einige Kämpfe hinter uns schon und wir haben aber auch noch eine ganze Menge vor uns und das wollten wir direkt machen und ich glaube, das werden wir auch direkt tun. Ich mache immer kaputt und lasse die anderen, genau, lasse die anderen sammeln, weil ich es einfach nicht so viel tragen kann. Und, äh, ja, haben wir denn noch genügend Heiltränke, weil das müssen wir wissen. Bis jetzt sieht es mir nicht so aus. Doch, 43, ach ja, klar. Also man sieht, ne, ich bin haltlos überladen, aber das ist wahrscheinlich wegen diesen ganzen Auftragsgegenständen. So, ich bin gespannt, was uns jetzt erwartet. Je, ach so, ich dachte schon, das ist Wasser. Ich dachte schon, das hört sich so glitschig-eklig an. Aber hier, oh, da könnten wir hoch. Müssen wir da hoch? Keine Ahnung. Oh, nimm mal mit. Nimm mal mit. Ach, ich muss noch mal runter. Ja, ja, nimm. Da, den großen auch noch, bitte. So, ja, nehm ich den selbst so. Aber was ist denn hier? Müssen wir hier hoch? Da geht's weiter, da oben auch. Das ist so merkwürdig. Ja, Hintergrundgeräusche. Ach, Mensch, jetzt haut doch mal ab. Können übrigens, äh, ja, auftreten, weil... Ausrüstung. Einige der Gegenstände auf der Insel Finstagram sind mit einem starken Fluch belegt und ihre Wirkung ist dadurch nicht erkennbar. Es gibt jemanden hier an der Bucht der Insel, Olra, ja, das wissen wir ja. Sie kennt sich mit dem Aufheben von Flüchen aus. Ja, sehr geil. Das machen wir auch, aber nicht jetzt. Ich weiß auch gar nicht, ob wir hier das mit dem Zielkristall... Ich will noch gucken, ob da oben noch was ist. Ja, das hat jemandem... Ah, gut, Stong. Wartet mal. Ne, da waren wir ja gerade noch, ja. Mein Hund braucht immer zehn Jahre, bis sie sich dann endlich hinlegt. Ein Moment. Ach, entschuldigt, bitte. Bin wieder da. Mann, Mann, Mann. Dieser Hund macht mich manchmal Wahnsinn. Die dreht sich zehn Jahre auf die gleichen Stelle und legt sich immer noch nicht hin. Dann will sie, dass ich ihre Decke hochhalte. Dann, ach Gott. Das flackert so komisch. Okay, du Armer. Kann man den... Man kann den nicht töten, ne? Naja, gut. Armer Kerl. Für immer leben ist auch doof irgendwie, ne? Oder? Was denkt ihr? Ich würde nicht für immer leben wollen. Okay. Wir treten. Ach Gott. Ich habe Schiss. Ich habe Schiss. Sehr viel Schiss. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe Schiss. Ich bin froh. Ich gehe. Ich gehe. Ich gehe. Ich gehe. Okay, wer war das? Da geht's runter. Ja, keine Ahnung. Oh, warte, leere Flasche ist wichtig. Ah, wir können mit ihm reden. Uh. Wir könnten das, was wir gefunden haben... Hier. Ausrüstung. Es ist verflucht. Wir müssten da eh nach Olra hin. Und bei Olra können wir auch ans Lager greifen. Bedeutet, wir lagern das ein und holen uns das bei ihr wieder raus. Aber somit sind wir dann nicht überladen. Nein, wisst ihr? Uns bei Aldous brauchen wir eigentlich auch nicht. Aber ich mach das jetzt nicht. Das Schwätzermasch kommt jetzt auch erstmal weg. Verfeinen. Ach so, hier könnten wir theoretisch... Wir können unsere Garnitur verbessern. Oh mein Gott, endlich. Und es ist etwas leichter dann. Boah, Stichwiderstand. Ja, auf jeden Fall. Wir bestätigen. Ja, ja, ja. Geil. Können wir das auch mit Henry? Nee, dafür brauchen wir Schreckenslord-Emblemen halt zwei. Ich weiß nicht, was das ist. Wie sieht es mit seiner Waffe aus? Den hat er ausgerüstet. Harter Knochen fehlt uns. Äh, ja. Ich habe nämlich geschnitten und wollte mir... Wenn ich es auch nicht ausrüste, rüste, aber zumindest kann ich ja schon mal das Beben betäuben und verletzen. Ich rüste es noch nicht aus, ne? Aber ich kaufe es zumindest schon mal. Ach so, okay. Ja, dann der Eiszapfen, den würde ich auch noch nehmen. Vollstreckung und die Leere haben wir ja nie irgendwie wirklich genommen, ne? So. Henry habe ich bis jetzt immer Sachen gekauft, aber ich kann ihm nur zwei, drei ausrüsten. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, wir machen das jetzt erstmal so und sollten wir bei... Unerbittlicher angreifen. Ja, ist halt schwer zu sagen, ne? Schwertschleuder, ach komm, die mal immer dabei sind hier. Katapult. Alle Fertigkeiten einer Laufbahn erlernt. Ja, super. Das heißt, hier ist auch nichts mehr, ne? Was man noch nehmen kann, nö. Er ist tatsächlich durchgelernt, außer dass er halt nicht alles ausgerüstet hat. Ach, das ist so schwer. Also, ich weiß nicht, was das macht, ne? Den Zorn, den, glaube ich, tauschen wir mal aus. Äh, das ist so Akt der Rache. Der Gegner noch unerbittlicher angreift. Schlag der Erlösung. Je weiter der Form von Schlag des Rückers verfügt, noch mehr Durchschlag. Kraft. Ich würde mal Akt der Rache mal austauschen für ihn. Einfach mal nur so. Ich guck mal bei mir. Kann ich was aus? Also, der Feuerwall war schon sehr hilfreich. Die Versteinerung muss ich wegen dem Golem, oder wegen den Golems, weil das Einzige, was ich bei Golems machen kann, ist, sie versuchen zu verlangsamen. Und ich bin der Meinung, die Versteinerung verlangsamt sie etwas. Deshalb würde ich das gerne nehmen. Der Kamin des Grauens ist das, was ich eigentlich so meine grundsätzliche Kraft, die ich benutze. Der Mahlstrom, meine Lieblingskraft, meine Lieblingskraft, die ich benutze. Der große Blitzregen ist definitiv für die Zyklopen sehr, sehr gut zum Beispiel. Ich glaube, für was anderes nutze ich die nicht. Starkes Elektrisieren haben wir jetzt zwei, dreimal gemacht. Vielleicht können wir das mal tauschen. Gegen, wir haben ja jetzt dieses Beben, ne? Wir könnten auch den Boliden haben. Einverwaltzerte Bolidenbeschwörer, der weitere Meteorot erzeugt. Der Anwender kann sich nachdem irgendwo bewegen. Das wäre auch mal ganz toll. Eruption von Felsen in Folge über ein größeres Gebiet verursacht. Es ist irgendwie wahrscheinlich das gleiche wie das, nur ist das hier mit Feuer und das ohne oder so ähnlich. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich jetzt das Beben ausprobiere oder den Boliden hagel. Wir nehmen mal den zuerst. Wir können das ja immer noch ändern. So. Haufen. Wir gucken mal, ob er... Entgiftungspuder. Oh, schwierig zu sagen. Nö. Wir haben uns erst eingedeckt. Nö. So. Hier. Das möchte ich immer gerne wissen. Ob es da etwas für mich gibt. Ja, der schlichte Magiestab kommt nicht an mich ran. Also an dem, was wir haben, nicht ran. Das auch nicht, das auch nicht. Sternenglanz ist, glaube ich, das, was wir haben. Nö. Für uns gibt's nichts. Henry. Henry könnte... Nö, den Rumpfspalter haben wir ja jetzt. Der hat er, glaube ich. Das ist was, was ich nicht kenne. Nö, der Rest ist ungeeignet. Ja, der Rest ist ungeeignet. Okay, dann gucken wir nochmal nach... Ich hätte gerne mal nochmal so eine Probe der Weisen. Nein, nein, nein. Nichts kommt an das ran, was wir jetzt haben. Und wir konnten es ja jetzt verbessern. Dann sind wir halt das komplette Spiel über in so einer... Ja, nee, nee. Alles gut. Äh, das bleibt so. Sorry, dass wir das jetzt... Wenn ihr vom Drachen veredelte Rüstungsteile über Waffen besitzt, könnt ihr Riftkristalle entrichten und sie noch weiter... Um sie noch weiter zu verbessern. Nee, vom Drachen besitze ich gar nichts. Äh, wir speichern hier an dieser Stelle mal. Und, äh, ich weiß nicht, kann man hier einen Rift, einen Zierkristall hinsetzen? Ich gucke mal eben, Leute. So viel Zeit... Ich habe, glaube ich, keinen mehr bei, ne? Der andere war... Der andere Zierkristall war irgendwo anders, glaube ich. Der hätte sich hier befinden müssen. Ah, Mist. Ja. Ja, ja, egal. Okay. Ich denke mal, da müssen wir lang, ne? Weil da geht's nicht. Ich schätze mal, darüber können wir, müssen wir... Ich weiß es nicht. Wir gehen einfach mal weiter. Oh, Raben müssen wir noch. Sehr gut. Brauchen wir noch mehr Raben. Zählen, beziehungsweise Krähen. Zählen die hier auch? Ja, wo sind denn die hin? Oh, da haben wir sie. Guckt. Krähen-Quest auch gemeistert. Geil. Geil, geil, geil. So. Hier geht's runter. Bäschen brauchen wir noch mehr. Also, deswegen lasse ich die liegen. Riesiger Geldbeutel. Oha. Okay, das sieht hier so friedlich aus. Ich bin mir nicht sicher, ob das auch so bleibt. Was ist das hier? Müssen wir hier rein, oder? Ich glaube, wir gehen... Ich schätze mal, das sind so mehrere Kammern oder so. Glaube ich jedenfalls. Ich bin mir nicht sicher. Aber das sieht mir gerade so aus, als ob man hier reinkommt, dann da vorne irgendwo und dann da nochmal. Und das hier ist so ein neutraler Ort praktisch. Da ist auch noch ein Eingang. Ja, wir gehen dann zuerst mal hier rein und gucken, ob wir das überleben. Ich weiß es nicht. Insel Finstagramm habe ich sehr, sehr schlimme Dinge gelesen. Und wir haben kein Level 50, ne? Wir haben noch kein Level 50. Und ab 50 sollten wir hingehen. Oh, da ist schon wieder einer. Gut, dann lassen wir sie mal. So. Oha. Yes. Das ist so ein Riftstein. Kaputter. Untersuchen. Ein zerbrochener Riftstein. Ihr könnt ihn wohl mit Riftkristallen wiederherstellen. Boah, das ist aber viel. Oh, komm, machen wir mal. Ja, und jetzt? Also wechseln will ich jetzt noch nicht. Was heißt, also ich möchte mal kurz untersuchen. Ach nein, jetzt betreten wir das auch noch. Nein, also bei mir ist alles gut. Ich möchte jetzt nicht wechseln. Ich bin zufrieden im Moment. So wie wir sind. Also. Unsere Wunden heilen. Ah, okay. Wenn wir das betreten, dann sind wir geheilt. Ih, was ist das? Müssen wir da überhaupt lang? Wollen wir nicht erst mal da lang? Ah, okay. Da kommen wir nicht lang. Es sei denn, wir gehen da. Ne, wir gehen da lang. Ja. Und wir müssen wahrscheinlich kämpfen. Weiß nicht, was das ist. Oh, das ist sehr leicht. Also hier lohnt sich gerade mal der Methyliden-Zeug nicht. Splitter sind wohl wichtig, dass wir die aufheben. Ach, das macht er gerade, die Riftsplitter. Sie sind für euch fehlgepassende Schlüssel. Boah, das ist aber unangenehm. Ach, das geht nicht. Kann man hier so rein? Nein, okay. Gehen wir mal. Wir müssen mal aus dem Weg gehen. Mann. Leere Flasche. So, hier werden wir, glaube ich, hergekommen, wenn wir da rumgegangen wären, oder? Ah, guck. Skelettschlüssel, da kriegen wir die Dinger vielleicht mit auf. Okay, lassen wir die mal da. Ja. Oh Gott, ist das ekelig. Die leere Flasche nämlich. Ja, cool. Zurück. Und erstmal da öffnen die ganzen. Die ganzen Zellen. Geil. Oha. Oha. Oha, warte, 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 warte. Kamin des Todes. Kamin des Todes. Ja, ich will das ja treffen. Ach da. Ja, alles gut, alles gut. Mann, Mann, Mann. So, aber wir wollen, dass... Euch fehlt der passende Schlüssel. Also gibt's noch einen Schlüssel. Krass, ne? Krass, ne? Also hier haben sich echt Leute viel, viel Mühe geben. Unsere Finsterramm zu erschaffen. Was ist da echt? Ein Wunderelixier könnt ihr euch nehmen. Also ganz ehrlich, wenn ich jetzt mir merken muss, dass sie scheinen mit einem bestimmten Mechanismus verbunden zu sein. Okay. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht später, zu welcher Tür ich schon hab, welche Tür ich noch nicht hab und den ganzen Kram, ne? Also da werde ich keine Ahnung haben. Da gehen wir gleich mal. Hier ist sie nicht. Oh mein Gott, da bin ich so geschrocken. Au. Oh mein Gott, was ist das? Oh, das hab ich jetzt... Das wollte ich gar nicht jetzt, aber egal. Die ist gar nicht mehr hier. Merkwürdige Sache. Egal. Ich hoffe, sowas kommt nicht nochmal vor, weil... Um ehrlich zu sein, ich hab keine Ahnung, wie man die... ...bekämpft. Die Dinger. Ich hab was Schleimiges. Oder? Da liegt schon wieder sowas. Wir haben so einiges... Ja, weil du nicht sterben kannst, mein Freund. Kannst du... Oh mein Gott, es ist groß. Oh mein Gott. Äh, warte, 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 warte. Ne, du? Also... Ah, jetzt... Jetzt kommt der Meteoriten... ...und dann aufgestiegen. Guck mal. Grifftkristall. Nice. Bevor uns wieder was passiert, die Folge ist vorbei. Äh, also da, ich bin hier... Man ist hier wirklich auf Dauerzündung. Und, äh, ja, ich hoffe nicht, dass es so lange dauert, weil... Solche Sachen, wo man wirklich andauernd nur kämpfen muss, ohne Ende, äh, ist eigentlich nicht so wirklich was für mich. Und ich weiß nicht, wie lange ich das durchhalte, weil ab einem bestimmten Punkt möchte ich ganz ehrlich sein, möchte ich nicht so tun oder so, als ob mir das Spaß macht. Wenn es mir keinen Spaß macht dann, ne? Ja, so, so bin ich nicht. Und deshalb weiß ich nicht, ob wir Insel Finstagram komplett durchgehen oder ob wir irgendwann sagen, okay, jetzt ist genug und wir machen jetzt die Hauptquiz zu Ende. Aber noch liegen wir in einem angenehmen Rahmen und wir gucken einfach mal, wohin uns diese Reise hier erstmal führt. Und ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao, ciao.